Also meine Freundin hätte reingedurft, aber ich darf nicht rein, weil wir zusammen wohnen, darf sie dann auch nicht rein. Das ist die Begründung. Du hast jetzt Hausverbot im Gosselmüter. Ja, wir haben Hausverbot. Ohne Begründung. Weil er euch im Bündnis von Demokratie und Toleranz, wo es ja an der Hausecke dran steht, eine Diskussion mit dem Herrn Maas stellen wollte. Ja. Traurig. Wir sind mit dem an der Basis. Nicht weiter. Und ich werde nicht reingelassen. Dann können Sie aufnehmen. Dann werden wir hier stehen, oder? Ja, ich. Komm doch. Ich werde Ihnen ein. Ich werde alles tun, damit er noch vor den Wahlen vor Gericht kommt. Kützt die Hausbahn. Kützt die Hausbahn. Boah, der Film. Kann ich ja nicht, wenn ihr einfach nur abstopftet. Wie man hört, Heiko Maas trifft ein. Hier gibt es immer noch Diskussionen, weil wir nicht reingelassen werden aufgrund eines Hausverbots. WeiterePon. Wir Euer Bord. 受 Gesằng Meter. Du bist nicht. Wir spielten. Wir spielten. Ja, wir spielten. Wir spielten. Wir spielten. Wir spielten. Vielen Dank.